Das war's für ein Pech, was wir einfach gestern hatten, wenn wir rechts rumgegangen, statt links rum hätten wir das gefunden, so weit wie wir gelaufen sind. Warte, wieder die Salztomaten. Nicht mit. Warte, wieder die Salztomaten. Warte, wieder die Salztomaten. Warte, wieder die Salztomaten. Warte, wieder die Salztomaten. Ich glaub da war unser Fail-Einstieg hier gerade, wo wir dachten wir wären da. Der Richtige. Der müsste ja jetzt auch langsam kommen. So Muscheln einsammeln, warum geht das nicht? Riffschotensamen. Wann die auch auf dem Feld anbauen kann? Ich bin gespannt. Ja. Das Wasser fließt immer noch hier rein. Wir dürfen halt noch nicht wieder sterben. Ja nicht gleichzeitig, Alter. Das ist richtig. Oh, da links geht's nicht weiter. Wir sind hier irgendwie. Vielleicht hier? Oder da unten weiter? Ich weiß es nicht. Er bei dir. Warte. So. Mal rechts. Geht's hier links nicht? Äh, nein, ich wirklich nicht. Geht's da runter? Ich glaub hier sind viel lang. Ah? Ah ja, das kann sein. In welcher Höhe sind wir denn nochmal gestorben? Ja, im Erdkerne. Nee. Wir waren überm Eis schon auf jeden Fall. Oh, der Dash. Da ist aber schon das Eis. Haben wir doch nicht beim Eis? Weiß ich nicht. Mal hin. Klar. Ja. Äh. Äh. Oh, fuck it. Ja, warum bin ich nicht in diesen See gefallen? Da ist ne Fackel. Da unten? Da unten rechts. Eieiei. Wo bin ich? Ich bin weg. Hä? Du bist links oben von mir. Hä? Ach. Steuerung hat irgendwie geklemmt. Gott, ich benutze die ganze Zeit meine Heilung. Mal was essen. Ja. 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 Das ist nur die Frage welche Richtung wir müssen. Ist halt irgendwann mal links abgebogen anstatt mal hoch hier vielleicht. Ja. Ja. Ähm, was hab ich denn so dabei? Oh, ich hab ja kaum Steine, ey, kacke. Erstmal abbauen. Ja, hier ist halt... Also hier sind wir auf jeden Fall wieder hoch, glaub ich. Wir sind so Treppen. Oder sind wir hier runter auch? Wir sind doch viel weiter rechts runter, ne? Weiß nicht. Also wir sind ja da runtergekommen, wo wir... Bissschleim noch, Mann. Ach, jetzt ist es... Jetzt kommt nach rechts der nächste. Yo, dann fall ich da runter. Genau, genau. Verbrennen, ey. No, no, no. Wrong way. Naja, hier ist nix. Solange wir eigentlich keine neuen Höhlen buddeln, müssten wir sie irgendwann finden. Da kommt man nicht hoch. Ja, genau, springe ich alle durch. Eine riesige Scheißhöhle hier. Endlich. Ja, hier ist auch nix. Oh Gott, oh mein Gott. Bist du runtergefallen? Ja. Schade, schade, schade. Das kann doch nicht wahr sein. Das nächste Inventar weg. Ich wohn mir das wieder. Ja, wo kamst du denn hier? Rechts, unten, hier. Hier unten. Dann ungefähr, ja. Hier runter. Jetzt was? Ja, da, der, der macht doch was. Ja, ja, der macht schon was. Jetzt darfst du nur nicht nochmal sterben, sonst, äh. Hat der halt den neuen Checktell drin. Wo, hier rechts runter einfach? Ja, rechts, ungefähr auf der Höhe warst du. Oh, auch. Man muss halt, glaub ich, unten lang. Dann wieder hoch. Hier ist aber auch nix. Ich glaub, wir sind noch ein bisschen weiter runter. Ah. Falt die Tarnärzt mitnehmen, ey. Braucht mir, ich glaub, zwölf Barmauer oder 18. Hä? Wie geht's denn jetzt lang? Da oben? Ja. Nein. Ah, klasse, ey. Diese Scheißviecher hier. Meine Fresse. Der fliegt durch die Scheißwände durch. Och, Mann. Was ist das denn mit einem Scheißspiel? Was? Ach, das ist so scheiße. Bist du unvorsichtig? Es ist unglaublich. Ja, toll. Hallo. Och, Mann. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Den holen, du zu schlecht bist. Ja, was? Der kommt einfach plötzlich durch die Wände durch. Ja, ja. Wo bist du denn jetzt hin? Guck dir das nach. Rechts. Ja, du musst nach rechts immer noch. Hier. So, hier sind die Fackeln wieder. Wo haben wir denn uns aufgeteilt? Hier ist doch gestorben! Oder nicht? Da, dieser Block! Oder? Von sein. Das ist das garantiert. Da, dieser Block. Ja, dann sind unsere Sachen weg, weil wir... Weil wir ausgemacht haben, oder? Das sah doch genauso aus, wo diese Viecher da waren. Ja. Wo haben wir hierher jetzt? Du musstest noch weit nach rechts gehen. Ach, Mann, ey. Und da oben, oder nicht? Hm. Ja. Hast du es? Nein. Das klang raus. Weiß nicht. Weißt du nicht? Da, du sammelst doch ganz viel ein gerade. Nee, ich kämpfe. Ach, das ist der Blubbermann. Weiß ich die Sache. Irgendwo. Was ist denn das? Das steht einfach in Eisenkiste. Scheiße, ich weiß nicht mehr. Da unten ist der Erz. Titanerz. Vielleicht hier runter. Na, hier war ich auf jeden Fall. Oh, dieser Dash, ey. Hier hoch. Also hier links geht es nicht weiter. Oh, ja, hier glaube ich. Ja, hier glaube ich, ist das. Ich würde mich jetzt einfach hier runter. Ich würde ja nicht neu buddeln. Ich mache nur so ein Sch... Ah, hier ist es... Pickscheiße, ey. Ja, raus, oder? Ja. Weg aus diesem Loch. Es gibt ja wohl zehn Stufen an Waffen, ne? Zehn Tieres. Beziehungsweise auch an Rüstung. Warte mal Rüstung 1. Kann man seine Lebensanergie auch irgendwie hoch machen? Ja, ja, durch Rüstung halt. Für verschiedene Rüstungen. Also, hab ich nicht so genau verstanden. Weil so eine Tier-5-Rüstung oder so hat megamäßig viel Energie. Und dann die, die... Die letzten, die haben einfach nur viel Verteidigung und Leben. Dafür wenig Energie. Das heißt, wenn du so Waffen spammen willst, also ist dann die... Rüstung besser. Das heißt, wenn du so Waffen spiegst, das heißt, es ist einfach... Was hab ich denn noch? Was denn, Fies? Cool. Ja, das war's, ja. Oh, oh. 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 Das ist ein Fossil. Oh, das war ein Fossil, glaube ich. Dann kann er mich auf Fossilen abgraben, ne? Fies. Da an so einem Ding sind wir gestorben, ey. Ach, Mann. Ich bin am Looten. Kack-Ding. Kack-Ding. Ach, Gott. Warum geht's denn jetzt hier nicht hoch? Da hinten, oder was? Ne, da ist auch kein Wasser. Nimm's hier einfach hoch. Nimm's hier nicht mehr weit sein. Ja, eben, es ist irgendwo hoch. Oh, okay. Lass mal runter. Allerdings mehr, was hab ich hier? Eis. Oh. 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 Das ist bei mir doch nicht ernst. Und noch immer wir hier sind, wir sind nicht da, wo wir eingestiegen sind. Mal wieder. Dass wir schon wieder so weit unten sind, hätte ich nicht gedacht. Noch wieder. Doch seht nach unserer Arbeit aus. Da oben ist es. Ah, finally. Ich komme übel schneller als ich. Hä? Krank. Ja, jetzt einmal zum Farmhaus kurz. Momentar aufräumen. Essen snacken. Wir hören auch direkt die Musik an. So, hier sind unsere Truhen. Was ist das? Das ist die Holztruhe. Alles rein, was geht. Gibt es nicht. Alles rein, was geht. Alles rein, was geht. Was haben wir noch? Schneemalschblöcke. Was ist das? Das Holz kommt da anders hin. Unter Druck gesetzter Dura-Stahl. Dura-Stahl. Glasblock. Warum können wir keine Glasblöcke herstellen? Wahrscheinlich, weil es noch nicht aufgerüstet ist. So, was kommt hier rein? Irgendwas ist schon da. Ah, jetzt habe ich natürlich alles im Boot. Natürlich. Ähm, im Raumschiff noch. Gut. Boah, 50 geile Titane. Jetzt fett. Alles mal kurz da rein. Kurze Essen abernten. Kurze Essen abernten. Puh. Halt schon wieder voll. Puh. Ans Feuer einmal alle Kartoffeln machen. Vier. Au, ich habe einen gekochten Fisch herstellen können. Wir brauchen unbedingt einen besseren Kochplatte, ey. Damit wir mal wirklich alles verwenden können. Stabbel sicher das Ganze. Der Ananas weg. Was ist das? Riffsschoten. Was ist das? Automate. Stelle sicher die Schrauben auszuspucken. Achtung, meine Güte. Was ist das? Gekochter Fisch weg. Banane weg. Samen, Samen, Samen. Alles nur aus Samen. Saat. Ich bin gespannt, ob ich die Dane pflanzen kann. Ich hab ne Taucherbrille. 2500 wert. Was? Wunderbar geeignet um Fische zu beobachten. Was ist das jetzt so besonders an der... Zwischendlich legendär, oder? Lila? Ne. Rea. Wunderbar. Oh. Oh, falsch. Äh. Ja, dann weiß ich nicht. Vielleicht kann man die beim Angeln benutzen, oder so. Aber die ganzen Sammlungen müssen wir noch vervollständigen, Stefan. Hast du dir eigentlich schon so ne Tech-Karte da... Neue Tech-Ausrüstung, oder so? Naja, die hab ich noch nicht genug. Glaub ich hab halt genug. So, mach doch. Also, vielleicht muss man erst jetzt die drei oder so, die da sind. Ich will auf jeden Fall den Sprint anstatt diesen Dash, ey. Okay, unsere Truhe ist voll. Allerdings halt auch mit so Kackdingern, ne? Egal. Ähm. Ne, dass man, äh... Die, die jetzt da sind, dass man die erst ab... Äh... ...graden muss. Und dann werden halt so Sachen für die Brust auch freigeschaltet, oder so. Vielleicht. Also für, für... Da sind ja noch andere... Irgendwie die Dinger... Da. Ananas ist so unnütz. Die verbraucht so viel Platz. Kann halt nix. Hä? Ah. Was ist dat denn hier? Oder muss man die anderen erst freischalten. Was? Aber vielleicht muss man die anderen erst freischalten. Ja, das kann auch sein ruhig. Äh, ich weiß nicht. Sprint. Aha! Die, äh, Tomaten-Schoten-Dinger, die kann man nur... ...unter Wasser machen. Braucht mir den einfach. So. Was hab ich noch für Samen? Äh... ...und Trauben... ...und Schnabelsamen. Was? Nahrung? Oh, das hab ich einfach gegessen. So. Cotton Seed. Kommt hier auch erstmal da rein. Ach ja, hier ist ja voll. Es müssen wir erstmal nicht mehr abbauen. So. Ich upgrade jetzt hier. Den Amboss. Wobei, warte, ich hol dir mal gerade das ganze Zeug. Äh... ...und zwei. Muschelschild. Verbandskasten. Verbandskasten. Stellt 100 gesündert. Boah, krass. Halt ich mir hier. Upgrade-Modul, das tu ich mir auch ans Schiff. Fackelseil. Wasserballon. Ähm. Ja, die Musikanlage und so. Du kannst sie hier irgendwo aufstellen. So kann ich mich hier nicht zum Schiff porten. Guck was schon. So. So. Eik. Du Schönege. Richtig viel Scheiße. So. So. Eik. So. 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 Wo bist du denn jetzt hin? Ich komm jetzt so viel wieder, ich bin auf dem Schiff. Hey, R. So, äh, da, 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 da. Ja, welche Truhe ist das? Hier. So. Schmeiß ich da mal Musikboxen, Lichtanlagen, was gab's noch? Ein Partykeller müssen wir bauen. Kurschier. Er ist jetzt hier drinnen schon was. Wollte sie rausholen. Aber wo soll der denn hin? Was? Partykeller. Ja, weil der nicht nach links da. Zum Beispiel vielleicht, äh, links unterhalb der Meckstraße, also Techschmeck. Also hier ist jetzt ganz viel Deko und so drin. Das scheiß Einhorn auch. Bones on a Pike. Da, da ein paar Flaschen für die Bar. Was ist das? Flurornament. Die scheiß Globestatue. Ja, hier auf die Straße kommen auf jeden Fall ein paar Fässer. Das ist der Weinkeller. Was kommt denn? Mann Ich stehe jetzt halt zwei Schiffscontainer. Und auf unser Dach kommt unsere nächste Trophäe. Die fette Kugel. Okay, so groß. Ja, ich weiß, ich muss verdessen hier. Ich gebe Ruhe. Tua, aber ich wollte hier jetzt upgraden. Was ist hier? Kann die Tarn jetzt? Ach, habe ich ja gerade eine Tarnbarre, meine ich. Ähm. Jetzt können wir eigentlich keine Stahlbarre machen. Die müsste man doch aus Eisen und Kupfer, oder nicht? Oh, yeah. Great. Bauhaus, Silberbarren und Kohle. Silber. Kohle und Holz, Bauholz. Was, Baumstamm? Wir haben ja Baumstämme. Hä? Wir haben ja Baumstämme, geil. Für irgendwas braucht man Baumstämme. Ich st�able. Ja. Da, 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 da. Huh? 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 Whoa. Huh? W pand party? Oh, dran ist? Oh ja? Steht da, Strahlungs-EP-Verbesserung, diese Verbesserung für die Strahlungsneutralisierung. Ach geil, da können wir auch auf Strahlungsplaneten jetzt gehen, theoretisch. Bombe. Oh, da können bessere Waffen craften, 20 Schaden macht die, meiner im Moment macht 14,8. Aber ist halt alles mit Titanenwaren, ne. Ich muss hier erstmal upgraden den anderen. First upgrade everything. Guck mal, warum brauchen wir noch. Oi, oi, oi.